Die bösen Kreaturen, denn die Dämonen gegeneinander kämpfen durften. Dämonen beschweren. Seiya! Kouka-Zin! Enga Schou-Ryu-Kyaku! Ganzan-Bestai-Gin! Seiya! Seiya! Na, war denn Klinisch HLV? Kouka-Zin! Eh, schimatta! San-Gan! Ja, sui! Kouka-Zin! Enga Schou-Ryu-Kyaku! Eijin Lai-San! Ehh, du treibst doch mehr denn. Kouka-Zin! Enga Schou-Ryu-Kyaku! 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 Oh, ich hab wohl nicht was ausgewählt. Komm, übertreibst du auch. Komm, der Ball ist hier. Gau, da, okay. Schwierig. Das war's für heute. Oh komm, du übertreibst aber echt ein bisschen. Oh komm, du übertreibst! 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 Du übertreibst! Oh komm, du übertreibst! Ich kann nicht nur sehen, dass ich einen schönen Traum habe. Es ist nur ein Traum. Die Kräfte sind sehr gut. Ich habe mich nicht verletzt. Natürlich. Was ist das für mich? Ich glaube, das ist ein sehr guter Geist. Ich glaube, das ist ein sehr guter Geist. Ich weiß, dass ich das nicht so gut verstehe. Aber... ... es ist kein Geist, aber es ist kein Geist, das ist kein Geist. Oh, schöner Himmel. Ich glaube immer, wer Seelestift gebaut hat und wann, wieso und wie auch immer es sich vorwärts bewegt. So. Äh, da lang. Lass mal hier lang gucken. Da. Bronze Klumpen. Einer roter Salbei. Sehr schön. Noch mehr Zeug. Jetzt. Ja. Kalzitalken. Da ist... Zack. Was sind's da? Denil war schrecklich. So einen Suppe haben wir hier. Häufiger. Es wundert mich, dass ihr andocken konntet. Die Einwischen kennen das. Aber Fremde verursachen immer wieder viele Unfälle. Wieso soll eurer Mannschaft danken? Äh. Ja und nein. So eine Mannschaft ist halt klasse. Oh. Ganz viele, ganz viele Katzen hier, ey. Pfeffer. Moicloud. Was haben wir hier noch? Hast du uns so ein Nettes zu erzählen? Hey Kleiner! Das ist unser Chef, die Fan... Fal... 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 Ist das nicht eine Schönheit? Das ist sie. Aber der Name sagt mir nicht viel. Ei, der Käptner. Und der Erste hat sich meinten, dass er nicht so wichtig wäre. Weil es eher ein falscher Name ist. Trottel! Tavinen schlagen! Was ist denn Trottel, ey? Ich angle uns etwas Tolles zu essen. Wirst du schon sehen. Miau! Hm. Da ist nicht die richtige Saison für Nebel. In diesem Teil des Ozeans. Dieses Wasser hat dafür einfach die falsche Temperatur. Okay. Wenn du das sagst, dann glauben wir dir immer. Dann mal auf, auf, hoch, hoch, hoch. Ui! Hm. Möden! 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 Makellose Silberleiche. Der Karawanenverschlinger. Das ist der Piemot-Eisenknochen. Dangeroma, giftiger Kriecher. Yay. Den hatten auch noch nicht. Den hatten auch oft in dem Eintritt. Ok, wissen wir Bescheid. Beziehungsweise sollten uns noch die Gegenden kurz merken. Kleppenpfad von Pirnia, entlang der ruhigen Küsten, purpurrotes Meer aus Bäumen, herbstbunter Wald, Morgana-Wald, Ruhr-Wald und ja, das hat noch den. Ja, da müsst ihr mich daran erinnern, wo das war. Ich vergesse das wieder. Das war's für heute. Oh, das war's. Heute ist Niko. Ich habe mich verabschiedet. Oh, das war's. Aber Niko ist auch hier. Warum kommen wir von Avaru aus? Ich weiß, was man hier kommen? Ich will nicht wegwerben, also. Ich bin nicht auf der Zeit, die Freunde nachzudenken. Ich sage es nicht, aber ich werde die Abarren haben. Was? Ich habe keine Kugel gehabt. Ich habe sicher, Abarren hat 3 Jahre, aber ich habe mich nicht gesehen. Er war auch sehr, aber ich bin bei Arturius. Ich habe viele Menschen überlebt. Ich weiß nicht. Verdammt. Mittagessen haben wir einen Niko-Tekon von Avalu. Wir haben auch einen Räumen in der Avalu. Sie haben einen Räumen von Avalu. Verdammt. Alle... Ich bin mit dem Völven. Was ist das? Ich bin hier. Das ist ja merkwürdig. Dann eine Bekannte von Velvet. Das ist ja merkwürdig. Ja, die macht, äh, bien vor Angst. Stellt mir mal ein Fest. Das ist über mir. Was hast du denn? Onei-chan, das war sehr viel Spaß. Das war's für mich. Ich muss mich auf die Kuchen und die Kuchen. Ich werde ich meine Kuchen und schaffe, und schaffe ich mich. Was soll ich machen? Ich habe eine Sime-Saba, Nigi-Toro und Kamo-Neig! Das ist alles für die Kuchen. Und Kamo ist ein Kuchen. Das ist wirklich ein Kuchen. Niko... 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 Ah, students-Uzahn. Ich glaube, alle sind sehr stark in dieser Stadt. Deshalb werden wir in dieser Stadt alle vier Arzt verkaufen. das nächste Tier jetzt kommt, da sind sie ja glaube ich auch schon durchaus am dran arbeiten, aber da bin ich echt gespannt. Hier oben ist dann der Ausgang, da wollen wir jetzt aber noch nicht raus, weil wir haben ja noch ein bisschen was zu erkunden. Alter, komm ich von da irgendwie ran? Das ist ja echt der reinste Urgarten hier, ey. Ah, da ist ein Leiter, sehr schön. Boah, Alter, Urgarten pur. Wollen wir hier oben gucken, gibt es hier noch was? Ne, sind es hier die Leitern einfach nur erstmal. Okay, gehen wir mal die nächste Leiter hoch. Das ist ja echt der pure Urgarten hier, ey. Kind spielen. Und eine Truhe. Die nächste, sehr schön. Brauchen wir noch zwei finden. Das ist ja die reinste Quillerei der Suri, ey. So, da haben wir die nächste Kiste. Fehlt da nur noch eine. Ich hab's gleich, yay. Trank des Lebens kann ich durchaus hier brauchen. Ich muss sowieso mal ins Geschäft gehen, um die ganzen Tränke mal aufzufüllen nach dem Kampf da. Und dann geht's jetzt hier lang. Okay. Da oben ist soweit, oder wie? Ah, nee, hier direkt vor mir. Ja. 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 Wenn man so denkt, dann kommt die Zudizma. Ein weiterer friedlicher Tag in der Stadt, dank des Hürden und des großen Empfehlers und auch dank eurer täglichen Anstrengung. Ihr habt meinen Dank Soldat. Weiß man nicht, ob man das so sehen muss. Hallo, wie geht es mit dem Geo-Board herumfahre? Hallo, wie geht es mit dem Geo-Board herumfahre? Ja, das ist das erste Stadt. Die Geo-Board-Fahrer sind in den anderen Bereichen, die in den anderen Bereichen kommen. Die Geo-Board-Fahrer sind in den anderen Bereichen. Die Geo-Board-Fahrer sind in den anderen Bereichen. Wie geht es mit dem Geo-Board-Fahrer? Ja. Jetzt sind wir nach Nord-Gand der Gou-Ma-Tay-Zen. Natürlich wird der Geo-Board-Fahrer sein. Ich kann es sehr安心 sein, aber ich kann es sehr sicher sein. Wenn ich den Geo-Board-Fahrer auf den E-St-Gand... ... so sagen wir mal... ... dann wird das nicht geholfen. Hahaha... Eine Beziehung, die auch im Kampf mehr Gegner anläuft, bis du dich in einem Gasthaus auslust... ... oder aus dem Kampf fließt. Okay... Eine Beziehung, die in Begegnung mit schwachen Gegner anläuft, bis du dich in einem Gasthaus auslust... ... oder aus dem Kampf fließt. ... Quarzpapier... Aha... Ne... Aha... Gibt's ja... Wow, da könnte ich mich tot, dumm und dämlich kaufen, da bin ich aber pleite. Ja... Ich wollte ja ein bisschen was heute hier kaufen... So... Das brauchen wir, das brauchen wir auf jeden Fall... ... und dann passt das. Der Laden hat Level 6 erreicht. Du erhältst hier ab jetzt einen Preis nach alles. Objekte halten, wenn es die des Zaubers. Hat ein Charakter das Derivat eines aktiven A-Talent, kannst du es während der Versorgung durch Drücken und Halten von LTE ausführen. Äh... Okay... Gibt's das auch auf Deutsch? Ich versteh's nicht, vielleicht kann's mir jemand erklären. Ich bin... Ja... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich binuito... Ich bin... Ich bin... Ich bin,biấn... Ich finde es nicht so, aber ich mache das keine Worten und bliebliche Eifel. Sie sehen die Kraft des Alten-Trius und die Welt sind immer noch nicht der Macht. Sie alle sagen, dass es die Stadt beschleunigt. Ich denke, dass man hierher an euch einen Eindruck macht, muss man sich auf diese Stadt gegenüberstehen und ruhig, wenn man zu leben, dann geht es ruhig. Ich denke, dass man sich ruhig und ruhig mal ansehnt. Ich glaube, dass es sehr gut ist. Ich glaube, dass es nicht so, dass du nicht so aus der Stadt aus dem Goma... Sartorius-Kraft ist ganz noch beschützt. Könnte natürlich auch eine Idee sein. Das wäre natürlich eine Option. Ah, da waren wir schon. So, wir wollten weiter jetzt. Ich muss ein bisschen Motivation in meine Stimme bringen. Nein, ich bin lieber einschläffernd. Und da lang. Da lang. Zack, und dann machen wir uns aufhören und hier reden wir noch Händler. Nein, Rappal ist... Hm? Ihr wollt noch Rappal, ja? Du weißt die Stadt in Richtung Osten und nehmt den Klippenpfad von Pernia. Ihr werdet jedoch den Morgana weit durchkehren müssen. Aber sagt ihr, dass ihr gut gerüstet seid. Das müsst ihr nun wirklich nicht sagen. Okay. Ja. 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 Schnell, sie. Ja. 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 Oh, 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 oh.